Im Rahmen der Aktionswoche das Saarland voller Energie stellen wir hier heute unsere Ausbildungswerkstatt der Ausbildungskooperation Stadtwerke Saarbrücken und VSE vor. Wir bilden überbetrieblich aus, das heißt wir sind auch Ausbildungsstätte für andere Unternehmungen. Heute stellen die Azubis hier den Ausbildungsberuf des Elektronikers für Betriebstechnik vor. Meiner Meinung nach zeichnet die Ausbildung aus, dass sie sehr hochwertig ist, ich alles mit anfangen kann, dass ich hier sowohl die Grundlagen als auch das weiterführende lerne. Heute kann man sich hier aber auch über verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten informieren. Du hast die Möglichkeit den Techniker zu machen, den Meister zu machen oder auch ein kooperatives Studium bei uns in der VSE-Gruppe zu absolvieren oder wenn du möchtest gibt es auch ganz verschiedene Qualifizierungslehrgänge. Wir sind natürlich sehr froh, dass die VEW Saar, der Verband für Energie und Wasserwirtschaft im Saarland, sich hier in der Aktionswoche das Saarland voller Energie beteiligt. Zum einen, weil die Ausbildungsberufe wirklich wichtig sind, die Energieausbildungsberufe, damit man die Energiewende im Saarland gestalten kann, aber auch zum anderen, damit junge Menschen eine sichere Zukunft haben hier im Saarland und sich auch hier dementsprechend mit einbringen können. Die Energiewende lebt von Kompetenz. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn es kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die im Bereich Energiewirtschaft, Energiedienstleistung oder Umsetzung erneuerbarer Energienanlagen diese Kompetenz auch zum Einsatz bringt und damit die Energiewende auch zum Erfolg in Deutschland machen kann. Unter www.vewsaar.de-ausbildung kannst du dich über all unsere Ausbildungsberufe informieren und auch später online bewerben.